Das Thema der vergangenen Woche, der Echo. Zwischendurch hatte man ja irgendwie das Gefühl, da geben Leute ihre Echos zurück, von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt welche gewonnen haben. Der Aufreger nach wie vor, die Auszeichnung von Farid Bang und Kollegah und im Schatten dieser hitzigen Debatte um Antisemitismus legt ein Mann einen Entwurf vor, wie Rap eben auch sein kann. Beim Lehrer-Special von Wer wird Millionär schaffte es der flippige Lehrer Peter Wagner kunstvoll, einen Text von Berthold Brecht in ein Heavy Rap zu gießen, meine Damen und Herren. Hier aber erstmal die Vorlage von Brecht. Ist vielleicht allgemein bekannt, diese Geschichte vom Radwechsel von Berthold Brecht. Ich sitze am Straßenhang, der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme, ich bin nicht gern, wo ich hingehe. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? So, das ist die Vorlage, das ist praktisch der Originaltext, so holt es keinen Schüler von der Shisha weg. Nein, es ist noch ein bisschen uncool. Was können wir da machen? Hat er sich gedacht. Sagen wir zu Recht, wie in Herrgotts Namen soll denn daraus jemals ein Rap werden? Sicher. Aber wo sich Tupac oder Kanye die Zähne ausbeißen würden, weiß der 62-Jährige, wie man aus Hochkultur fette Lines drops, um die Aufmerksamkeit seiner Schüler auf dem Level zu halten, als ob sie irgendwie bei Beyoncé beim Coachella sind. Peter Wagner, Kick it. Jetzt müssen wir ein bisschen Flow reinbringen, wie die Kids so sagen. Ich sitze am Highway, voll frustriert, der Daimler hat einen Platten und wird repariert. Wo ich herkomme, ist mir scheißegal, wo ich hinfahre, na, ihr könnt mich mal. Und ich frage mich schon die ganze Weile, hey Alter, warum hast du eigentlich so eine? Doch jetzt kommt die Message für die Kids, drum alle mal wacker die Lauscher gespitzt. Wenn der gestern und morgen nix sagen mag, dann mach mindestens was aus dem heutigen Tag. YOLO! Sensationell! Ja, aber Moment, schon tight, damn right, aber es war noch nicht alles. Peep this shit, meine Damen und Herren, es gibt eine Zugabe, sein Game is so fly, er legt nach, YOLO! Ich glaube, das wollte der Berthold uns sagen, vielleicht auch was ganz anderes. Man kann ihn nicht mehr fragen. Soweit, so sehr gut. Aufgefallen, das ist doch eigentlich, wäre das doch auch was für Kollegah. Nicht immer nur Ärger machen, nicht immer nur provozieren, einfach mal wie Peter MC. So geht's doch auch. Wir haben das mal vorbereitet. Und jetzt kommt die Message für die Kids, drum alle mal wacker die Lauscher gespitzt. Wenn der gestern und morgen nix sagen mag, dann mach mindestens was aus dem heutigen Tag. Ich glaube, das wollte der Berthold uns sagen, vielleicht auch was ganz anderes, man kann ihn nicht mehr fragen. Wenn Berthold Brecht, dann würde ich mich beim Publikum bedanken. Dankeschön. Bitteschön. Es ist ein Angebot. Also so, so klappt's auch wieder mit dem Echo. Ja, bin ich mir nicht sicher, dafür ist es noch nicht antisemitisch genug, aber es ist auf dem Weg zum Echo. Danke fürs Anschauen. Abonniert jetzt Late Night Berlin und euer Leben wird sich zum Besseren verändern. Schwören.